So Leute, heute mal das kompletteste und allumfassendste Video zum Thema Umwelt und Veganismus und allgemein Ernährungsweisen, Tierprodukte, wie sehr belasten die unsere Umwelt, was würde passieren, wenn alle Menschen sich vegan ernähren würden und hier mal wirklich das Video mit den 15 besten Grafiken, ich habe ganz bestimmte Grafiken zusammengesammelt, immer mit Quellangaben, wie ihr hier sehen könnt und hier, ich werde euch, manchmal steht das auch hier oben, werde ich euch dann den Titel sagen, falls jemand da die Quellen haben will, die Quellen sind natürlich dann auch unten alle verlinkt und diese Grafiken zeigen einfach am allerbesten, was für Auswirkungen Tierprodukte oder vegane Ernährung auf die Landflächen haben und es ist irgendwie so ein kleines Phänomen, dass mittlerweile die Leute ankommen, dass vegane Ernährung nicht das Beste für die Umwelt ist, also es ist Beste, sogar Tierprodukte zu essen als vegane Ernährung, weil dann müsste man ja irgendwie mehr Pflanzen anbauen und ich habe keine Ahnung, was sie da für komische Sachen von sich geben, aber ergibt sowas von keinen Sinn, du musst mal verstehen, was essen Tiere, essen Tiere mehr als Menschen Ja und was fressen die, die fressen doch Pflanzen, du isst doch keine Löwen oder du isst doch Pflanzenfresser oder zumindest Omnivore, man kann bestimmt auch Schweinen, irgendwelche Tierprodukte geben, es wird den Tieren hauptsächlich natürlich werden den Pflanzen gefüttert, Pflanzen, Pflanzen die man anbauen muss, also eine Kuh frisst zum Beispiel 50 Kilogramm Futter am Tag, also das ist wirklich abenteuerlich, deswegen hat mich das motiviert, hier ein Video zu machen und ich hatte ja diese ganzen Grafiken schon ganz lange, weil es auf Discord damals so eine Funktion gab, auf die wir sehnsüchtig gewartet haben, die niemals eingetroffen ist Und deswegen habe ich jetzt diese ganzen Grafiken da, die niemals benutzt wurden, deswegen eigentlich perfekt für so ein Umweltvideo, weil ich habe zwar über Umwelt schon öfters geredet, aber noch nie so ein komplett umfassendes Video, vor allem nicht über die Flächen, dass es immer was angebracht wird, vegane Ernährung, nicht das Beste, wo soll das ganze Land her und es ist nicht zu fassen Ganz zu schweigen von dem Punkt, dass Menschen natürlich nur Bio essen, nur Fleisch und Milch vom Nachbarn nebenan und das muss man logisch ausweiten und auf jeden Mensch projizieren und dann bräuchten wir zig mehr Planeten Erde, weil jeder natürlich nur Hinterhof-Eier isst und die Rinder im Garten stehen und sowas, wie viel Fläche bräuchst du da? Deswegen haben wir die Massentierhaltung, weil die Massentierhaltung funktioniert, die ist extrem effektiv und extrem effizient Also da alles einfach zusammenschärchen kannst auf eine kleinste Fläche und dann da die Tiere farmen kannst Deswegen gucken wir uns hier die Quellen, die Daten an, die aktuellen besten Daten, die es zu diesem Thema gibt Also wir haben hier die Erde, die Erde hat diese Fläche, 29% Land, 71% Ocean, also hier ist abgeschnitten Sieht ein bisschen irritierend aus, als wäre das hier, ergibt keinen Sinn, dass das 71% ist und das 29% ist, aber das ist hier einfach nur abgeschnitten Also hier bewohnbare Fläche, 71% und von dieser bewohnbaren Fläche haben wir 50% Agrarflächen, 37% Wald Und von diesen Agrarflächen sind 77% Livestock, also Tierhaltung Hier steht auch noch, könnt ihr das sehen, hier steht auch noch, das inkludiert Grazing Land, also Weideflächen für Tiere Und die Fläche, die benutzt wird, um das Futter für die Tiere anzubauen Und dann haben wir hier das Futter für die Menschen Das sind dann 23% von den 50% Agrarflächen, die es überhaupt gibt Und dann von den 23% Fläche, die für Pflanzen benutzt wird, für den Menschen Davon decken 82% die globale Kalorienmenge, die die Welt zu sich nimmt, alle Menschen zusammengerechnet 82% davon kommen aus Pflanzen, daher kriegt der Mensch seine Kalorien Und 18% kommen nur aus den Tierprodukten Und wenn wir uns globale Proteinmenge angucken, kommt 37% aus den Tierprodukten und 63% von Pflanzen Menschen kriegen ja hauptsächlich von Pflanzen tatsächlich ihre Kalorien und ihr Protein Weil vor allem, weil hier auch natürlich, hier geht es nicht um Deutschland, sondern global Auch die ganzen armen Länder, die sich hauptsächlich pflanzlich ernähren, Getreide So, deswegen haben wir natürlich hier vielleicht das, was manche nicht erwarten Aber das sind die Daten, das sind die Daten, die Daten kannst du nachgucken Das ist überhaupt so eine geniale Seite, Our World in Data, absolut genial Und da kannst du schon mal sehen, das erste Problem, könnt ihr sehen So viel Livestock, so viel für die Tiere und so wenig kriegt man nur davon raus Warum macht man sowas extrem Ineffizientes, warum nimmt man da nicht alles für die Menschen Wie extrem ineffizient ist, aber wir werden in den nächsten Grafiken das noch besser sehen Man weiß, dass per Studie, die größte Studie, die jemals gemacht wurde, hier unten verlinkt Die sich angeguckt hat, der ganze Supply auf der Welt an Nahrungsmitteln Wie viel davon kommt von den Tieren, das ist ganz genau, das ist diese Fläche, das sind diese 77% Wenn du die nicht mehr hast, dann wird eine Fläche frei, die so groß ist wie Afrika Könnt ihr euch das vorstellen? Afrika Guckt euch mal diesen riesigen Batzen Land an, das hier oben ist Deutschland So eine Fläche wird frei, wenn man aufhören würde, die Tiere zu halten Und die ganzen Weideflächen, die ganzen Anbauflächen für das Futter, für die Tiere Dann würde so eine Fläche frei werden, die so groß ist wie Afrika Ohne, dass man jetzt hier von Fläche brauchen würde, weil Menschen dann mehr Pflanzen essen würden Das meinen die hier nicht, hier meinen die wirklich nur das, was komplett frei werden würde Und wir können das hier sehen, das ist die Grafik aus dieser Wissenschaft Das ist die Studie, könnt ihr hier unten auch sehen Werde ich euch verlinken, wenn ihr den Fulltext lesen wollt, müsst ihr da einen Umweg gehen Wenn ihr vielleicht wisst, wie das funktioniert Und hier hat man das ausgerechnet, hier ist die Ernährung, die heutzutage stattfindet Das ist die Fläche, die man braucht Total 4,13 Billion Hektar Und das ist halt die Weidefläche Und das ist die Fläche für das Tierfutter, für die Tiere Und das ist die Fläche, die benutzt wird, um Menschen zu ernähren Und jetzt siehst du hier, wenn du hier anfängst, die Tierprodukte rauszustreichen No Beef zum Beispiel Brauchst du nur noch so eine Fläche Die zwei zusammen Also 2,21 Billion Hektar Und dann gehst du hier weiter Fliegen die Tierprodukte noch weiter raus und hier noch weiter Und hier bist du dann bei der veganen Ernährung angekommen Ihr könnt hier sehen, wenn ihr hier Das hier ist aktuell, was gebraucht wird, um die Menschen zu ernähren Und ihr seht, das würde ungefähr hier hinkommen Also dieser Strich hier Da wird ungefähr hier hinkommen Also könnt ihr hier sehen, man braucht mehr Fläche bei der veganen Ernährung Wenn alle Menschen vegan ernährt werden würden Und das ist genau, was hier steht Es würde 75% landfrei werden Und das ist das hier Das ist, was frei werden würde Man kann sich das gar nicht vorstellen Man kann sich das gar nicht vorstellen Diese gigantische Fläche ist ja unvorstellbar Ist ja Kann man in seinem Kopf überhaupt nicht fassen Was für eine Fläche da frei wird Und das ist genau das, was man sieht Nach Daten, nach Auswertung der Daten Nach Wissenschaft Das hier ist Wissenschaft Das hat sich keiner ausgedacht Das ist kein Artikel Das ist keine random Person, die sowas erzählt Das ist das, was man durch Wissenschaft rausbekommen hat Und das sagt alles Das ist ganz genau das Womit wir Veganer irgendwie in letzter Zeit immer konfrontiert werden Ja, wie soll man die ganzen Menschen dann ernähren Ja, wo sollen die ganzen Flächen her Für die ganzen Pflanzen, die man dann anbauen muss Und einfach mal das hier komplett vergessen Einfach mal komplett vergessen Dass man für Tiere Tierfutter anbauen muss Einfach mal vergessen Dass Tiere Platz brauchen Vor allem, wenn es Biofleisch ist Draußen gehalten wird Gute Haltung gegen Massentierhaltung Jeder, der erzählt gegen Massentierhaltung Sagt gleich, dass man zig weitere Planeten anbauen muss Weil du bist ja gegen Massentierhaltung Also muss man die ganzen Tiere so halten Wie in Biobetrieben irgendwo der Bauer nebenan Ja, wo soll diese ganze Fläche her Wenn es jetzt schon diese Fläche hier benötigt Wenn es jetzt mit Massentierhaltung diese Fläche hier benötigt Ja, welche Fläche benötigt es ohne Massentierhaltung Wenn die Menschen genauso weiter essen Tierprodukte Das ist ja unvorstellbar Dann musst du das hier mal Ich weiß nicht was multiplizieren Also völliger Wahnsinn Völliger, völlig, völliger Wahnsinn Deswegen immer, wenn ich sowas höre Dass jemand ankommt mit Ich bin gegen Massentierhaltung Oder ich esse nur Bio-Fleisch Oder nur Hinterhof-Eier Oder nur vom Bauern nebenan Dann denke ich mir erstens Also erstens natürlich Heuchelei Das ist ganz klar Als würdest du dich darum scheren Und um das Tierwohl Deswegen bezahlst du Geld dafür Dass es umgebracht wird Korrekt Also Aber hier einfach mal Logisch nachdenken Logisch nachdenken Natürlich, wenn alle Menschen Sich pflanzlich ernähren würden Würden natürlich unfassbare Mengen Landfrei werden Logisch einfach nur Einfach nur logisch Einfach mal nachdenken Okay, und dann gehen wir weiter Hier haben wir dann Milch Gegen die veganen Alternativen Hier haben wir Land-Use Wasser und CO2-Emissionen Und hier sehen wir natürlich die Kuhmilch Natürlich, wenn du hier irgendwie Landfläche, die für Milch benötigt wird Vergleichs mit Reismilch oder sowas Ein absoluter Wahnsinn Natürlich weiß auch jeder Dass die pflanzlichen Alternativen Erheblich besser für die Umwelt sind Ob es Wassernutzung ist Landnutzung oder CO2-Emissionen Okay, und Studien Hier unten immer Okay, und was haben wir dann hier? Wie viel CO2 könnte wieder hergestellt werden Bei bestimmten Ernährungsformen Wir haben aktuell das hier Und wenn wir also hier Es muss in diese Richtung gehen Hier seht ihr Carbon Storage Das gespeichert wird Und hier sieht man dann die CO2-Emissionen Die verursacht werden Und hier sehen wir wie viel Carbon Storage Wir haben also wie viel CO2 man speichern könnte Wenn wir jetzt wieder Wälder herstellen würden Und die Natur dieses CO2 binden würde Können wir hier sehen Wenn wir das beibehalten haben wir das hier CO2-Emissionen Und dann hier Eat, land, it, diet Also weniger Fleisch- und Milchprodukte Also hier hätten wir dann Das ist grün wieder Kommt euch bekannt vor Dieses grün-gelbe ist pastischer Wieder also Weidefläche Das ist das hier Das hatten wir auch hier gehabt Genau, das ist pastischer Die Weidefläche Und bei weniger Fleisch und Milch Hätten wir das hier Und bei veganer Ernährung Natürlich den größten Gewinn Die größte Speicherung an CO2 Also ist ganz klar Dass vegane Ernährung Am allerbesten für die Umwelt ist Und uns vor der Klimakatastrophe retten könnte Das ist auch so ein Ding Wenn ich daran denke Dass diese ganze Friday-for-Future-Bewegung Und sowas Diese ganzen Leute Die Leute, die richtig hardcore Für die Umwelt kämpfen Und möchten, dass hier jeder irgendwie Alles macht Um irgendwie die Treibhausgase abzusenken Sich aber nicht vegan ernähren Das ist dann auch Da kannst du einfach nur Also allgemein natürlich Jeder Mensch, der sich um die Umwelt schert Und sich nicht vegan ernährt Also kann man einfach nur schmunzeln Nichts weiter Kann man nicht ernst nehmen Also natürlich hat man da Einen Heuchler Ich kenne selbst einen Mann zum Beispiel Der Umweltschützer ist Und der liebt Fleisch und alles Also ergibt null Sinn Aber naja Wie die Menschen nun mal sind So und dann hier Air Quality Related Health Damage of Food Das ist Hier wird angezeigt Wie viele Menschen umkommen Bei den ganzen Ernährungsformen Durch Luftverschmutzung Also Wenn man sich anguckt Tierprodukte Die verursachen ja Luftverschmutzung Und diese Luftverschmutzung Wie viele Menschen tötet die Durch diese Ernährungsformen Hier können wir sehen Die aktuelle Ernährungsform Und jetzt gehen wir hier runter Und wenn man hier zum Beispiel Weniger Kalorien isst Heißt man isst weniger Tierprodukte Na ist schon mal minus 7% Tote Durch Luftverschmutzung Und so weiter und so weiter Und hier geht es weiter Na fliegen die Tierprodukte hier raus Hatten wir gerade Diese Ernährungsform Und vegetarische Ernährung Und natürlich die Ernährung Egal welche Tabellen Du dir anguckst Immer das was am besten abschneidet Immer die vegane Ernährung Ist ja einfach nur logisch Und natürlich könnte man Hätte man 83% weniger Tote durch Luftverschmutzung Wenn alle Menschen Sich vegan ernähren würden Von daher Auch sehr sehr interessante Grafik Sollte einem auch zu denken geben Und dann haben wir Greenhouse Gas Emissions Das sind Treibhausgase pro Kilogramm Nahrungsmittel Das produziert wird Oder Produkt Ist natürlich Für mich sind das natürlich Keine Nahrungsmittel Oder allgemein sind es Natürlich keine Nahrungsmittel Es wird nur von der Öffentlichkeit So bezeichnet Das sind tote Tiere Und keine Nahrungsmittel Hier ist Beef Hier haben wir also Tierprodukte Ganz oben Hier haben wir dann Das erste pflanzliche Nahrungsmittel Haben wir dann hier Reis Das ist das pflanzliche Nahrungsmittel Das die meiste CO2 Emissionen hat Ist Reis Aber wenn du das vergleichst Mit den ganzen Tierprodukten Das ist einfach nur erschreckend Hier seht ihr Viele Viele Hier Weed zum Beispiel Also Weizen zum Beispiel Oder Mais Natürlich die pflanzlichen Nahrungsmittel Den allerkleinsten CO2 Fußabdruck Natürlich Verursachen die allerkleinsten Treibhausgasemissionen Und dann gehen wir weiter Hier auch mega interessant Das ist von UN Climate Report Chapter 5 Und das ist auch wieder der Punkt Wie viel Treibhausgase könnte man einspeichern Genau wie hier In dieser Grafik Wie viel könnte man einspeichern Und hier haben die Mediterrane Ernährung Tatsächlich am allerschädlichsten Was Treibhausgaseinspeicherung angeht Kann man am allerwenigsten einspeichern Dann hier die anderen Ernährungsformen Pesketarisch Und dann gesunde Ernährung Die natürlich nicht gesund ist Flexitarisch Vegetarisch Und vegan Wieder auf Platz 1 Natürlich Wie immer Es ist einfach nur Wirklich erstaunlich Du guckst dir diese Grafiken an Und siehst immer wieder das gleiche Wie das einem nicht auffällt Wie das einem nicht auffällt Dass immer eine Ernährungsform Immer die beste ist Die beste Die beste Die beste Für die Luft Für Land Für CO2 Für Fußabdruck Für Einspeicherung Von CO2 Immer die beste Ernährung Wie kommt's Wie kommt's Als wäre das so gemacht Als wäre das das Beste Für die Menschen Hätte das gedacht Und dann überlegst du auch noch Studien Hätte hier auch noch einbauen können Natürlich die Studien Zu veganer Ernährung Alle Studien Die sich vegane Ernährung Und Gegen andere Ernährung Angucken Welche Ernährung Schneidet am besten ab Ja unglaublich Die vegane Ernährung Ich muss das jetzt zeigen Ich muss diese Bilder jetzt raussuchen Moment So Hier hatten wir dann Die erste Wer schneidet am besten ab Wer hat die niedrigste Wahrscheinlichkeit Für die ganzen Krankheiten Hier haben wir nochmal Wer hat die niedrigste Wahrscheinlichkeit Und hier Diese Grafik Kennt ihr auch Immer die vegane Body Mass Index Und Prävalenz Von Typ 2 Diabetes Immer das gleiche So Und dann gehen wir Weiter Beyond Burger Gegen Beef Burger Der Beyond Burger Verbraucht 99% Weniger Wasser Bei der Produktion 93% weniger Land 90% weniger Treibhausgase Und 46% weniger Energie Bei der Produktion Eines Burgers Okay Dann haben wir hier Ja das ist natürlich auch wieder was sehr interessantes Wer tötet die meisten Tiere Pro eine Million Kalorien In den ganzen Ernährungsgruppen Hier zum Beispiel Chicken Also Ernährungskategorien Oder Produkten Die der Mensch isst Zum Beispiel Chicken Also Hühnchen Eier Rindfleisch Schweinefleisch Milch Und so Wer tötet die meisten Tiere Wer hat die meisten Tiere Auf dem gewissen Rot Ist das Tier selbst Und gelb ist das Harvesten Also beim Farmen In dem auch das Futter irgendwie Für die Tiere Gefarmt wird Also verschiedene Weizen und sowas Von irgendwelchen Maschinen Die fahren über Tiere drüber Und da landen irgendwelche Mäuse In irgendwelchen Harvestern drin Und sterben Und hier sieht man Wer die meisten Tiere tötet Die meisten Tiere Töten Tierprodukte Wer hätte das gedacht Und die allerwenigsten Tiere Töten Veganer Mit ihren pflanzlichen Produkten Weil du tötest immer Tiere Wenn du rausgehst Spazieren Wenn du einkaufen gehst Trittst du auf Tiere drauf Also es sterben immer Tiere Es geht nur darum Die wenigsten Tiere zu töten Vor allem geht es um Das Thema Absicht Das ist extrem wichtig Das ist ein meilenweiter Unterschied Ob du mit Absicht Jemanden tötest Oder ohne Absicht Dann natürlich Von Worldwatch Das zeige ich immer In den Umweltvideos Natürlich Laut Worldwatch Da gibt es aber auch Kritik So wie bei allen anderen Angaben Sind Tierprodukte Mit allem was dazu gehört Für über 51% Der globalen Treibhausgase Verantwortlich Und sind also Der größte Klimakiller Den es gibt Sind die Tierprodukte Und ich glaube halt daran Ich glaube Die haben hier richtig gerechnet Weil sich hier ganz genau Hier diese ganzen Uncounted Also das was nicht mitgerechnet wurde In den anderen Offiziellen Angaben Haben die hier mit einbezogen Also ich halte mich daran Aber für mich ist es so und so etwas Für mich ist es Schön und gut Dass es toll für die Umwelt ist Oder das Beste für die Umwelt ist Das Beste für die Tiere ist Das Beste für die Gesundheit des Menschen ist Wie man in veganen Studien sieht Das Einzige was für mich zählt Ist Moral Man kann moralisch gesehen Keine andere Ernährung machen Durchführen Deswegen Muss man sich vegan ernähren Deswegen Ist das So und so So ein Thema Das finde ich alles schön Und gut einfach nur Für mich ist das persönlich Aber irrelevant Das Einzige was zählt Ist Moral Das ist bei mir Spielt bei mir im Leben Die wichtigste Rolle Ist der erste Pfeiler In meinem Leben Der alles entscheidet Entscheidungen Jeder hat einen Pfeiler Ein Pfeiler Ein Grundpfeiler Und eine Entscheidung Die du triffst Die läuft von oben nach unten Die Pfeiler durch Erstens Moral zum Beispiel Das zweite Umwelt Oder Gesundheit Und bei Menschen Die halt Denen halt alles egal ist Die komplett rücksichtslos sind Und so Und bei denen ist halt Moral Irgendwo ganz ganz weit unten An zehnter Stelle Und an erster Stelle Geschmack zum Beispiel Und ja Die sind dann dafür verantwortlich Für das was man dann In Oertlings sieht Und für die ganzen Umweltschäden Hier wie man hier sieht Und hier in den ganzen Grafiken Für die meisten Tier Morde Für die meiste Umweltzerstörung Und CO2 Emission Und alles was du nur Die nur vorstellen kannst Okay Man kann auch einfach Ein guter Mensch sein Diese Option hat man auch Von allen Säugetieren Auf der Welt Übrig geblieben 4% sind wilde Tiere Das ist so eine traurige Grafik 36% sind Menschen Menschen sind Tiere Säugetiere Lies mal den ersten Satz Bei Wikipedia Wenn du Mensch eingibst Und 60% sind Livestock Also Tiere die man isst Das ist so traurig Das kann man gar nicht Kann man gar nicht vorstellen Dass das wirklich real ist Aber naja Wenn man bedenkt Dass solche Flächen hier Benötigt werden Um Tierprodukte anzubauen Und Tiere zu farmen Und sowas Das kann man sich Genauso wenig vorstellen Wie krank dieser Planet Und vor allem die Menschen Auf diesem Planeten sind Und jeder weiß das eigentlich Mein Gott Wir haben jeden Tag Menschen Vor allem wenn du Veganer YouTuber bist Oder sowas Oder veganen Content Irgendwo machst Dass da Menschen gibt Die auch noch Gegen Veganismus kämpfen Und jedem Menschen Zeigst du das Und erzählst das Und glaubst du Die ändern irgendwas Ich weiß wer was ändert Gute Menschen ändern was Landflächenverbrauch Hier noch von Swiss weg So eine nette Grafik Landflächenverbrauch Pro Kilogramm Nahrungsmittel Rindfleisch so viel Schweinefleisch so viel Und Pflanzen natürlich Erheblich weniger Auch ganz ganz nett Dann haben wir hier CO2 Fußabdruck Laut diesen Daten Die hier stehen Ja wenn man das ranzummt Das hast du verschwommen Leider Und hier natürlich Meatlover Hier Die Durchschnittsernährung Haben wir hier Jemand der Mehr Fleisch isst Als der Durchschnitt Also Fitness YouTuber Oder sowas Also die ganzen Fitnessleute Die sich auch Auszeichnen Durch Komplette Rücksichtslosigkeit Wie man sich das nur Vorstellen kann Deswegen Sind fast alle Fitness YouTuber Gegen Veganer Und machen irgendwelche Verarscher Video Gegen Veganer Und sowas Aber naja Sagt alles über Diese Menschen aus Das ist halt Du erkennst den Menschen An ihren Handlungen Wenn jemand etwas sagt Dann macht man sich Ein Bild darüber Von diesen Menschen Und natürlich hier Der Meatlover Mit dem allergrößten CO2 Fußabdruck Und natürlich Den niedrigsten Fußabdruck von allen Natürlich wie immer Der Veganer Egal welche Grafik Du dir anguckst Und hier Haben wir wieder CO2 Und die verschiedenen Ernährungsformen Wer hat hier Den niedrigsten CO2 Fußabdruck Von allen Ernährungsformen Da ist auf dem ersten Platz Natürlich wie immer Der Veganer Da steht Der Deude Studie Sogar mit dabei Könnt ihr sehen Okay In diesem riesigen Paper Wurden 14 Ernährungsformen Analysiert Und es ist rausgekommen Vegane Ernährung Senkt Treibhausgase Landnutzung Und Gesamtsterblichkeit Stärker als jede Andere Ernährungsform Genau das Was man denkt Werde ich euch hier Verlinken Im Fulltext Natürlich Und gehen wir weiter Vielleicht kennt Jemand von euch Das Paper Meine Zuschauer Werden das kennen Wenn die Welt Vegan wäre Dann müsste man Keine weiteren Bäume mehr fällen Auch so eine Mega geile Sache Und dann Hier Das auch noch So ein heftiges Paper Das zeigt Vegane Ernährung Hat die niedrigsten Emissionen Von 313 Ernährungsformen Also hier ist Alles was du dir Noch vorstellen kannst Und natürlich Schneidet die Vegane Ernährung Am besten ab Und ihr könnt euch Hier auch die ganzen Grafiken Und Quellen Angucken Genau Und dann kommen wir Zu einem der Wichtigsten Themen Überhaupt Was Wo die meisten Fehlinformationen Drin stecken Und das ist Der Amazonas Der Amazonas Regenwald Es wird tatsächlich Immer wieder Vorgebracht Dass Veganer Den Amazonas Regenwald Kaputt machen Weil die Die ganzen Pflanzen essen Diese Pflanzen Vor allem Soja Und Soja wird dort Angebaut Im Amazonas Und deswegen Machen die Veganer Den Amazonas Kaputt Also wieder Falschinformationen Nur weil Sojabohnen Angebaut werden Im Amazonas Unter anderem Sind die Veganer Dafür verantwortlich Man hört nur Amazonas Soja Ah ja die Veganer Die essen ja Soja Ah die Veganer Sind schuld Ohne irgendwas Zu überprüfen Ohne die Wissenschaft Zu überprüfen Und die Wahrheit Sieht natürlich Komplett anders aus Die Wahrheit Sieht so aus 80% Jetzt haltet euch fest 80% Aller Aktuell Abgeholzten Flächen Im Amazonas Regenwald Werden für Tierhaltung Abgeholzt Tierhaltung Ranging Heißt das Da stehen die Tiere Drauf Das ist ihr Lebensort Dort befinden sich Die Tiere Und 91% Aller Jemals Abgeholzten Flächen Im Amazonas Regenwald Wurden für Tierhaltung Abgeholzt Okay Das könnt ihr hier In diesem Riesigen Paper Nachlesen Was sich damit Beschäftigt hat Wie der Amazonas Regenwald Kaputt Gemacht Wird Okay Und Nicht nur Natürlich Dass das mit Soja Völliger Blödsinn Ist Weil Jeder Der sich Damit Beschäftigt Hat Der sich Quellen Quellen Angeguckt Hat Weiß Dass 80% Vom Ganzen Soja An die Tiere Geht Du musst Die Tiere Damit Füttern Und 18% Geht An die Öl Industrie Soja Öl Und Nur 2% Ist Das Was Die Menschen Dann Im Supermarkt Kaufen Diese Soja Produkte Okay Aber Auch Nicht Veganer Essen Soja Produkte Auch Das Darf Man Nicht Vergessen Es Es Viele Veganer Die Kein Soja Zu sich Nehmen Wollen Entweder Weil Die Falsch Informiert Sind Oder Weil Sie Sich Sorgen Machen Soja Macht Ein Zur Frau Oder Sowas Auch Wieder Kompletter Blödsinn Man Hat Sich Nicht Weil Der Zeigen Will Ja Du Machst Ja Auch Schlechtes Und Schlechtes Zu Dir Und So Was Ist Einfach Nur Ja Omni Style Und Ihr Könnt Das Actually Mit Den 91 Prozent Nicht Nur Dass Das Natürlich Hier In Diesem Riesigen Paper Hier Steht Ihr Könnt Das Das Steht Bei Wikipedia Ich Hab Es Gerade eingegeben Hab Guckt Ob Das Hier Drin Steht Dann Gebe Ich Hier 91 Ein Und Dann Findet Ihr Mir Das Ich Lese Vor Zwischen 1991 Und 2000 Stieg Die Gesamtfläche Verlorenes Verlorenen Waldes Von 415.000 Auf 587.000 Quadratkilometer Wobei Der Überwiegende Teil Der Schaffung Von Weideland Für Die Viehhaltung Zum Opfer Fiel 70 Prozent Der Entwaldeten Und 91 Prozent Der Seit 1970 Entwaldeten Böden Amazoniens Werden Als Vieh Weiden Verwendet Quellen 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 Okay Also So viel Zu Zum Amazonas Regenwald Und Wie Veganer Den Fürchterlich Kaputt Machen Super Interessant Okay Ja Das war Die Letzte Grafik Ich Will Diese Grafik Hier Vorne Haben Als Letztes Von Daher Leute Entscheidet Euch Für Das Richtige Seid Gute Menschen Macht Das Was Moralisch Das Einzig Richtige Ist Wenn Du Denkst Dass Es Moralisch Irgendeine Andere Ernährungsform Dass Du Die Position Verteidigen Kannst Dass Irgendeine Andere Ernährungsform Moralisch Vertretbar Ist Dann Komm Auf Discord Und Stell Dich Einer Debatte Und Dann Wirst Du Feststellen Dass Keine Andere Ernährungsform Moralisch Vertretbar Ist Weil Für Alle Anderen Ernährungs Ernährungsform und aus denen die Milch rauszuholen, aus den Weibchen dann und gegen ihren Willen zu schwängern und sowas, genau das, was man mit den Tieren macht. Von daher moralisch natürlich nicht zu vertreten und das kann man dir beweisen an deiner eigenen Moral, ich kann es dir an deiner eigenen Moral beweisen, dafür gibt es ein System, das heißt NTT, also moralisch das einzig Vertretbare, das Beste für unsere Umwelt und das Beste für die Tiere und das Beste für die Gesundheit des Menschen. Also wie kann man sich nicht vegan ernähren? Wie? Ergibt keinen Sinn, wie man sowas überhaupt noch machen könnte, nachdem man sowas hier weiß, nachdem man das weiß, es ist egal, um was du dich scherst, ob es Gesundheit ist, ob das deine körperliche Fitness ist, ob das die beste Ernährung ist, ob du dich um die Tiere scherst, ob du dich um Landfläche scherst, ob du dich um CO2 scherst, ob du dich um die Umwelt scherst, CO2-Emissionen, was auch immer. Immer das Beste für einfach alles ist immer, ob du dich um Luftverschmutzung scherst, egal was, es ist immer die vegane Ernährung, egal welche Daten du dir anguckst. Ich habe noch nie was anderes gesehen. Von daher Leute, macht das Richtige, seid gute Menschen, macht das, was den Planeten schützt, macht das, was die Tiere schützt, macht das, was die Menschen schützt und ernährt euch vegan. Vielen Dank fürs Zuschauen Leute und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.